Hallo Lieben, ist das denn schon mal der Paterpock, beziehungsweise Coach, Diplom-Psychologe und so weiter und so fort. Und heute haben wir mal wieder so ein Thema, also eigentlich ist es ein Erfolgsmail von jemand, ich weiß, manchen Namen liest man ja mal wieder hier, der wirklich oder die wirklich Hardcore-mäßig an sich gearbeitet hat und das bringt eben auch Ergebnisse mit der Zeit. Und einer der größten Fehler, der mit meinem Material auf libysche.de nicht so richtig weiterkommt, ist, dass das Material nicht sklavisch eins zu eins umgesetzt wird. Was ich verstehen kann, hätte ich ganz früher wahrscheinlich auch nicht gemacht, weil es irgendwie zu drastisch ist, zu hart ist. Und dann erzielen wir aber eben nicht die Ergebnisse. Also ganz viel in meiner Arbeit ist einfach auch so gesunder, also klar, es ist Psychologie, aber es ist auch, viel ist auch gesunder Menschenverstand gemischt mit Psychologie und du wirst damit weiterkommen. So, ne, wenn du es umsetzt, ne, wenn man immer nur so reindippt oder auch nur die Videos guckt mal hier und da und dann macht man seinen Kram so weiter, kenne ich auch einige, ja, dann kommst du halt entsprechend langsamer weiter. Ist auch okay. Man muss halt auch ready dafür sein, beziehungsweise seinen eigenen Weg gehen. Und was wir hier auch wieder haben, ist dieses Thema, was echt so ein, soll ich mal sagen, Nebeneffekt der Liebeschipparbeit sind, dass du einfach oft einige Freundschaften nicht wirst halten können, weil du einfach dich rausentwickelst, meinetwegen, jetzt gibt es kein Besser oder Schlechter, aber weiterentwickelst, andere Stimmung, andere Schwingungen kommst vor allen Dingen und dann passt du eben mit vielen nicht mehr. Und das heißt häufig auch, dass man ein bisschen mehr für sich das Leben gehen muss, was auch wiederum gut ist, weil das baut eigene Pluspoligkeit ab, baut eigene Co-Abhängigkeit ab und bereitet dann auch vor auf die nächsten Schritte im Leben so, ne. Lieber Christian, ich danke dir so herzlich für deine Arbeit und all das, was du in meinem Leben bewirkt hast. Ich bin weiblich, Anfang 40 und war 20 Jahre in toxischen Beziehungen. Ich habe unzählige Therapien gemacht, hatte eine Erschöpfungsdepression, war zwölf Wochen in einer Traumaklinik, aber nichts hat geholfen, immer nur für einen kurzen Moment die Symptome gelindert. Antidepressiver sei Dank. Mein Vater Alkoholiker, meine Mutter Co-Abhängig, spiegelt ich immer nur deren Beziehungsverhalten. Die einzelnen Details liest du in deinen E-Mails täglich vor. Aber es ist ja quasi nahezu immer das gleiche Drama, nur die Protagonisten tragen andere Namen. Ich bin so oft hingefallen, wieder aufgestanden und habe dank meiner Liebesdruck nichts gelernt dabei. Irgendwann konnte ich vor lauter Liebeskummer mal wieder nachts nicht schlafen und schieß auf deine Videos. Gefühlt 100 habe ich in den ersten Nächten gesuchtet, ja, Hemmschelmeier nennen das einige, und bin irgendwie immer tiefer an die Materie eingetaucht. Ich habe dann deine Kurse gemacht, beziehungsweise war auch bei deiner Lesung, habe deine Bücher gelesen und kam langsam wieder auf die Beine. Wie viel auf, dass ich nicht nur in Partnerschaften, sondern in allen Kontakten, Arbeit, Freundeskreis, Wohnsituationen keine Grenzen setzen konnte und begann daran zu arbeiten. Ich habe mir Standards für die jeweiligen Bereiche aufgeschrieben und auch Deerbaker. Ja, das ist ja auch ein Teil von Modul 1, einer der ersten Schritte, einer der wichtigsten überhaupt, würde ich sagen. Weil du musst jetzt nicht in alle Seitengänge gehen, dieser Arbeit, wenn man dieses Konzept von Charles and Deerbaker verstanden hat und auch wirklich, wirklich sklavisch, wirklich wie so ein Roboter umsetzt, dann gibt es Ergebnisse. Ich habe plötzlich dank deines Programms Grenzen gesetzt und bin ohne mit der Wimper zu zucken gegangen. Ich liebe das, wenn Menschen ein bisschen härter werden. Ebenso bei Freunden, in Anführungsstrichen. Du sagst es mal, man soll jedem Menschen nur eine Chance geben. Wer diese nicht nutzt, den möchte man auch nicht mehr in seinem Leben haben. Korrekt. Beruflich habe ich komplett eine neue Richtung eingeschlagen und auch einen Abschluss sogar als Jahrgangsbeste gemacht. Mal nur egoistisch auf mein Ziel konzentriert. Es wird einfach so viel Energie frei, wenn du nicht mehr in einer toxischen Beziehung bist. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ja, das erlebe ich ganz oft, dass sich das vor allen Dingen auf den Job sofort auswirkt. Und ja, du erzielst einfach, bleibt einfach mehr Energie bei dir, weil du dich nicht mehr abgibst. Und sehr gut. Großartig. Und wie gesagt, das betrifft ja nicht nur Freunde, da kommen wir jetzt auch noch mehr zu, sondern eben auch Job, alles Mögliche. Und dieser gesunde Egoismus, der ist wirklich ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig. Kurz darum, ich habe mich völlig geupdatet. Neue Arbeit, Umzug in eine neue Stadt, Beziehungsende, No Contact. Seit einigen Monaten bin ich nur ein Single und komplett ohne Freunde. Aber ich fühle, dass ich gerade innerlich in dieser Situation total wachse. Ich konzentriere mich völlig auf mich, meditiere, über mich in Dankbarkeit und praktiziere selbstliebe. Apropos Selbstfühlchallenge Advance geht auch nächsten Monat wieder los. Und die Wohlfühlchallenge. Und wir haben auch diesen Verlustsangskurs noch zum Frühbucherpreis. Meine Wohnung wird immer schöner und äußerlich bin ich auch von einem hässlichen Endlein zu einem schönen Spann geworden. Hättest du mir noch ein Foto imitschicken sollen? Nein, Spaß. Ich mag mich, wenn ich in den Spiegel schaue und bin glücklich damit, was ich schon alles alleine in meinem Leben gerockt habe. Kochen habe ich jetzt auch gelernt, statt McDonalds lieber Brokkoli. Das ist übrigens auch ein Punkt, da reden wir eigentlich selten drüber. Dass mir aufgefallen ist, dass viele, die mir schreiben, das manchmal so denken, dass sie so lebenspraktisch, sag ich mal. Aber ja, also ich glaube auch zur Unabhängigkeit gehört auch, dass man so lebenspraktisch Dinge dazulernt. Also deswegen, das gehört für mich alles dazu, auch nicht mehr zu McDonalds und so weiter. Und das Musizieren wieder für mich entdeckt. Mein Leben ist nice geil, obwohl ich mich zeitweise einsam, verlassen und auch manchmal gelangweilt fühle. Aber diese ganzen Gefühle sind Peanuts im Vergleich zu den lieblosen Partnerschaften, die ich in den letzten 20 Jahren so ausgehalten habe. Dein Programm ist hart und kompromisslos. Ja, das ist so. Und es wird immer so bleiben. Nichts anderes nützt, was, na gut, das kann man jetzt auch nicht so 100% nicht sagen. Aber mir haben die Coaches, mit denen ich gearbeitet habe, die so absolut knallhart waren, mich am meisten weitergebracht. Hat manchmal unter mich wehgetan oder mich an den Rand der Verzweiflung gebracht. Aber seitdem ich einmal diese Hemmschi-Pille geschluckt habe und mich an die Regeln halte, geht es bergauf. Mittlerweile spreche ich schon im inneren Monolog deine Videos mit. Gleich sagt er wieder, keine Dreiecke. Ich weiß, dass ich noch lange nicht am Ziel bin, aber ich fühle jeden Tag, dass es sich lohnt und immer besser wird. Mein Leben war noch nie so entspannt und leicht wie in dieser Zeit. Du musst dir mal selber auf die Schulter schlagen. Fucking großartig. Good job. Wirklich, ey. Ich frage mich in vielen Situationen immer wieder, will ich das wirklich haben oder ist es nur ein verletzter Kindanteil oder geht es nur um kurzfristige Kicks und Belohnungsaufschub? Ja, wenn ich das schon löse, weiß ich, dass du tief eingetaucht bist. Viel nützt viel an diesem Punkt, muss man einfach sagen. Und dann handele ich dementsprechend konsequent. Und klar, ich wünsche mir mal noch einen Partner an meiner Seite, aber ich brauche ihn schon nicht und schon gar nicht um jeden Preis. Ja, du brauchst eigentlich niemand. Also SLAA, dieses Gruppenkonzept, würde ich jetzt sagen, naja, so eine Gruppe braucht man schon. Ja, also, aber ich würde sagen, letzter Konsequenz, du brauchst wirklich niemand. Du brauchst niemand. Du kannst auf alle scheißen. Du kannst wirklich sagen, ihr könnt mich alle mal. Und das ist manchmal der kürzeste Weg zum Gipfel, ganz klar. Deine Arbeit hat mir so sehr geholfen und in meinem Leben auf allen Ebenen. Deinen Datingkurs habe ich auch schon gemacht, aber ich habe für mich selbst erkannt, dass ich innerlich einfach noch nicht so weit bin. Und man lieber mein Leben noch nass gerne machen möchte. Aber ich merke, wie ich immer mehr Grenzen setze und die meisten Menschen nicht mehr bei mir andocken können, um Energie abzusorgen. Fucking großartig. Das ist so ein positiver Nebeneffekt all der inneren und äußeren Arbeit. Sei du und auch Aline ganz lieb gegrüßt. Mach weiter so. Die Nirefschkola. Danke für die schöne Mail. Wenn du auch, ich freue mich auch mal sehr über Volksmails, aber auch, könnt mir auch weiter Dreiecksmails und Horror-Mails schicken. Über ein Formular auf libysche.de. Und wir sehen uns bald wieder. Um. Und wir sehen uns bald wieder. Bis bald wieder. Das war wirklich. уляр. رت-